Willkommen! Zurück zu Assassin's Creed Odyssey und ich habe gerade gesehen, ich bin ja gar nicht hier so drin, so jetzt, ich auch was, so ich bin hier, ich will den Typen töten, weil der ein böses Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat und ich nicht einsehe, ihn auszubezahlen. Natürlich sind hier natürlich jeweils die bösen Jungs unterwegs, egal was das für einen ist, egal. Problematisch wäre es echt, wenn ich so ein Level 99 oder so jagen würde, plötzlich. So, Schwergewicht müssen wir noch erledigen, hm. Jetzt haben wir hier was tolles. Level 73 noch schon. So, was du machen musst, denke ich, ne, finde ich auch ein bisschen doof. Ist nicht klar, einfach definiert steht, ja, du musst das und das machen, das ist eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich deine Aufgaben natürlich deutlich besser planen. So, ich kann nur ewig schnell hier am Wingsumsoftware gehen. Ich hätte ja noch ein paar... ...Sourcen für mich. Hi. Oder ist sogar was für mich. Geil. Ja, damit. Mein Geldschirm wird sich nicht erholen. Ich denke, ich habe ja schon einen Bonus und so drin. Wäre das sonst für Leute, die keinen Bonus drin haben, Alter. Das ist ja wirklich eine... ...Qual von... ...Bein Ding, sage ich mal. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Was ich erkennen würde, wenn ich geklettern würde, ne? So. Ach ja. Ja. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, wenn. Ich würde es einfach mal so probieren. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Okay. Wache, komm mal. Ach so. Geht. Da schlägt der sich ja pennen gerade, weil es dunkel wird. Oder er deckt sich pennen. Hm. Okay. Okay. Jetzt kommt hier noch so ein Typ vorbei. So, er hat sich die Waffe genommen, er legt seine Waffen ab, er legt sich ein bisschen ruckelig, ok. Wann kommst du jetzt hier so her? Ist ein bisschen nervig, ich bin sehr nervig, muss ich gestöhnen. Noch einer, ne? Noch einer, was ist denn los mit euch? Was ist denn für den Gegner? Rosalien! Junge Mädchen, verpiss dich! Ist das jetzt wieder Waffen oder was? Da hinten? Genau, er legt sich schlafen. Jetzt habe ich hier zwei Typen hängen, what the fuck? Was macht ihr hier? Habt ihr kein Zuhause? Kommt ihr auch noch mit dem Hund an oder was? Warte, ne, mit dem Luchs. Macht der den Moonwalk? Ach, der steht da noch, oh, ich hab den gar nicht gesehen. Ähm, ich bin mit dem überlegen. Ist da hinten am Gucken. Ach, natürlich kommst du gerade hier an. Ach, ich hab den Scheiß. Ach du Scheiße. Ich hab gar keinen Bock drauf. Nichts? Ja, 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 ja. Lass. Oh. Tut ja, die könnte ich auch noch machen. Fähigkeit. Patsch, 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 patsch. Tschüss, Banner. So. Jungs, wir... ...hängt euch doch mal einen Luchs hier. Noch einer. Ja, diese hat mich jetzt eigentlich auch nicht nur gelassen, ne? Ja. Ich lass mich wirklich jetzt noch, oder was? Er seht mich hier nicht. Ach, warum siehst du mich denn jetzt, bitteschön? Thomas, hast du hier zu suchen. Kann ich genauso gut sagen, ja. Yo. Ich hasse Wann-Tinies. Gibt's uns aber auch nicht besser. Ich glaube. Nein. Darf ich nix mit dir machen. Ich glaube, wir die Leute abfackeln wollen, ne? Stimmt. So. Was ist mit ihm? Er läuft schnell weg, oder was? Ich hab keinen Auftrag mehr, schnell weg, ey. Äh, was hast du denn hier? Hallo? Heute? Dann schlug ich mit einem Hammer auf Schwerter. Heute schlage ich mit einem Hammer auf Schwerter. Glückwunsch. Irgendwas mit Schwertern und Hämmern? Nein. Morgen träume ich davon, Bären und Löwen zu töten. Auf einem Berggipfel zu stehen. Auch um Abenteuer zu erleben. Etwas, wovon ich träumen kann. Während ich auf Schwerter einschlage. Mit einem Hammer. Dann soll ich das Tier also töten. Ich fürchte, der Tod des Bären ist die einzige Lösung. Nimmst du an? Ist gut? Ich mach es. Dich schicken die Götter. Ich komm hinterher wieder. Wow, Töter an Bären. Ich muss dann nicht mal... ...wenn ich altes Wald weg. Ich weiß, hier keine Piratenschiffe sind. Der ist sogar da, woher. Dann nimm ich mal auf dem Boot. Komm her. Naja. Putt, putt, putt Bärchen. Putt, putt, putt. So. Ist eigentlich relativ fixer, ne? Mit dem Boot hier. So. Ist wahrscheinlich wirklich so ein 0815 Bär einfach nur. Oh doch nicht. Oder? Oh. Ist zwar weiß, aber... ...und noch 15 gewesen. Ups. Ist echt mal ein Schiff, das jetzt so perfekt am Strand liegt hier? Wie? Ich hab schon perfekt eingeparkt. Glaublich gerade ist das ein Schiff, das ich töten soll. Äh, töten oder... ...ledigen soll. Huiiii. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier einfach so ein Schiff in den... ...beziehungsweise rein stelle hier so. Wird das kaputt? Wird das kaputt? Wird mein Schiff dann da reingespawnt? Wie sieht das aus? Wie viele weiße Köpfe ich jetzt einfach hier um mich rumhauen? Ja ja, aber springen wir mal. Danke. Dann holen wir uns mal unser Schiff eben und dann... ...hippe ich spartier. Kann ich mein Schiff nicht mehr rufen oder was? Wie die? Wenn das Schiff jetzt hier steht, kann ich mein Schiff nicht rufen? Ja. Wow. Tatsache, Alter. So gut, so kann man sich das auch sparen, ne? Einfach zu sagen, du kannst halt dein Schiff nicht rufen. Ich schätze, ist das Schiff umparken oder... ...ist einfach wegspawnt? Oh, die Spartiaten scheinen das Ding zu jagen, ne? Weil die scheint ja sehr weg zu sein, ne? Nein, sie stehen doch noch, lol. Hm, wir warten den ganzen Tag darauf, dass unser Schiff hier auftaucht. Aber wir bleiben ja verstehen. Ja, los. Bereit, Segel zu setzen! Los, wir Alunken! Ich bin schon offen. Los! All die Manövrierfähigkeiten hier... So. Scheinde lauern überall hier draus! Ich hätte ja gerne mal ein paar... ...ein Spartiaten, aber ein paar... ...ein Berg das doch mal. Der ist echt gerne als Autofunktion, ne? Ja. Ja, Spartiaten, nochmal Platz. Wir haben uns jetzt mal das Schiff. Das ist auch Spartiaten, ne? Ups. Oh. Ja, das ist auch nix. Ja, das ist auch nix. War der Autofunktion, was? Oh. Ja, wahrscheinlich über mein Quest nix gebracht jetzt, ne? Nee, nicht wirklich. War hier. Oder das ist wahrscheinlich was anderes. Na welchen Ort hab ich denn jetzt hier entdeckt? Oh. Da war noch ne Schnauereisefunktion, die ich nicht aufgedeckt hatte. Okay. Jungs, ich will doch gar nicht gegen euch kämpfen müssen. Bisschen völlkommens Verständnis. Jungs. Jungs, wollt ihr das denn wirklich? Hm. Ja. 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 Pfff, ist das jetzt euer Ernst? Bewegen sich gar nicht mehr im Hinter. Jetzt muss ich näher ran oder ist ein Konflikt zu werden? Erstmal, dass ich da Feuer schaue an einem Schiff sehe. Echt? Ah, komm. Dann entern wir mal. Äh, Schiff, wir müssen hin. Ich glaube, ihr seid am Brennen. Was denn los? Zack, zack, zack. So. So. Tschüss. Oh. Oh, er ist gestorben. So. Warte mal. Ey. Was macht das denn hier? Und zack. Da liegt's. Warte mal, was haben wir noch mal? Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. So. Könnt ich jetzt mal viel hochklettern eigentlich, oder? Warum können wir keine Masten mehr hochklettern? Stimmt ja, wenn du runter gehst, geht es ja instant kaputt. Ich will ja vergessen, wie schlecht das eigentlich ist. So. So. Jungs und mehr, jetzt ist los, ja. Weil das jetzt hier das Stadtding jetzt mal neu entdecken muss. Und ich muss den Hof. Und ich muss ehrlich sagen. Bis jetzt auf jeder Insel? Wenn ich mich geklitten habe, oder so. So. So, 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 so. Ach, ist schade. Dann planen wir eigentlich gewesen, da im Schiff den Weg zu verkürzen. Hat wohl nicht ganz gekleppt. Na gut, egal. So. So. Dann synchronisieren wir immer. Wahrscheinlich wegen diesen Punkten haben wir auch keine Angabe mehr, wie viele Punkte wir eigentlich haben, ne? Ja. In Norwegian's kannst du noch wenigstens sehen, wie viele Punkte, Aussichtspunkte du noch hattest, die du erkunden musstest. Guck mal. Ist irgendwie hier alles gefehlt so'n bisschen. Schade eigentlich. Ikaos Wahrnehmung wurde verbessert, ja. Aber wo sehe ich denn Ikaos Wahrnehmung inzwischen? Irgendwo, oder? Hier sehe ich nirgendwo Ikaos. Wir kriegen auch 15% mehr Geld. Wir kriegen 15% mehr Erfahrung. Und hier sehen wir auch leider gar nix so in Sicht, ne? Ich weiß nur, dass ich hier mal langsam wieder aussortieren muss. Guck. Dann gegebenenfalls auch mal... ...verleicht verkaufen sollte. Da hab ich schon bisschen Geld rein. Das ist ja nicht ganz gut. Und jetzt hör doch. Blau, alles weg hier. Hier muss man auch vergleichen mit Werten und so weiter. War auch so ne Sache, ey. Puh, ich würde gerne die Rüstung wenigstens einmal so haben, so ungefähr. Aber, na. So'n Ding, ne? So, ich soll immer noch so'n Schwergewicht hier eigentlich, obwohl das kann man zwar noch aufschieben, die Aufgabe. So, zeitlich begrenzte haben wir die noch hier. Erledigen, seltener. Okay, und dann haben wir die noch. Mit dem tötigen Spartan, Schwergewicht. Dein ganzen Griechenwetter, wo das halt echt... ...fix gehen, glaube ich. Wo ist jetzt hier unser Ziel? Das ist die Frage. Aber da oben. Da ist unser Ziel. Kann ich irgendwo noch ne Schlacht machen, vielleicht? Also hier oben kann ich noch ne Schlacht machen. Dann kann ich hier einfach mal eben schnell... ...für Athen eine Schlacht machen, dann haben wir das nämlich auch abgearbeitet. Und da weiß ich ja, da hab ich ja schon ne Schlacht für Spartan gemacht, von daher. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas mit Trigger, aber scheinbar... ...gibt da auch Ubisoft nen Fick drauf, wie du dich verhältst in dem Spiel. Von daher. Ja. Machen wir das einfach mal eben. Huiiii. Wenn ich das Athena-Ding jetzt hier gemacht habe, ist das Athena-Ding-Kontrolle... ...kann ich noch an Athena-Anführer töten, ne? Was ist hier direkt denn hier um die Ecke? Du musst doch hier an Athena-Anführer noch töten, oder? Hier finde, äh, ja, Athena-Dinge... ...her Töter, Athena-Anführer, zwei Stück müsste ich machen. Hm. Natürlich werde ich dann wahrscheinlich wieder volles Kopfgeld haben. Egal. Aber was machen wir jetzt hier die Schlacht? War es hier sogar ne Seeschlacht? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Grabsteine? Hm. Ja. Tja, Pech gehabt. Ist immer echt gepennt. Oh, wieder ein Seelblitzantigerchen hier. Bla, bla, bla. Wie viele Athena hier kämpfen? Ich als Spartas-Tochter. Geht das hier vielleicht sogar? Das geht sogar. Nice. Wirklich? Nein. Willst du dich uns in der Schlacht anschließen und diese spartanischen Hunde vernichten? Ich will keinen Hass auf mich haben. Ich töte eigentlich alles, was man für die Flinte läuft und keiner hat was dagegen. Das ist komisch, dass keiner was dagegen hat. Hm. Na egal. Boah. Jetzt sind wir. Hm. Hallo. Lenk dich nicht schon ab. So. Zeck. Ach, da hat man schon ein Ziel, okay. Oh, du musst auch schon fast da hin. Hey. Ups. Ich wollte gerade eben sagen. Komm her, du. Und zack. So. So. Ich hab' meinen eigenen Kollegen gekillt. Meermann. So. Oh. So. Oh. Oh. Das ist nett. Hä? Ach so, jetzt sind sind sie aufgetauscht oder was? Ups. Wasser, wegen Wasser. Natürlich ein bisschen Kacke für mich. Gg. Gg. Tömer. Nösschen. Kacke für mich mit dem Hände. Nunca. Endlich macht sie das mal Was hat sie die ganze Zeit nicht gemacht Aua, au, du machst echt Schaden, Junge Was ist denn los mit dir? Du machst echt verdammt viel Schaden Ua So So Oba Jetzt müsste ich mich echt mit dem Kleinen Vieh auseinandernehmen Die ganzen Schlitter sind wenigstens weg So, komm her, du Zerke, auch erledigt, so jetzt kommen wir zum den Ja Alter, ich will mich über den da kümmern Und zack Komm her, ihr nervt mich recht extrem mit auf den ganzen Schilden, muss ich sagen So So, den auch weg Jetzt werden wir jetzt den da vorn Jetzt einfach noch ein bisschen schneller hier mal Zack, zack So, der nächste geht kann Da auch Da haben wir ihn noch Boom Voller geht So, das Tor verbrennen Komm hier rein Oh, Anführer, habt ihr können, ja, das Los Die Fresse treten einfach Ich kann den Echt keine Anführung mehr Oh, wir haben Gewonnen Oh, wir haben gewonnen So Belohnung Ah, 82.000 Erfahrungspunkte 9.000 Geldnummer So, wir haben den komischen Typen beledigt Wir haben drei Soldaten betätigt Und fünf auch Genau, okay Das sollte ja nicht ganz gut sein, oder? Der eine, der war echt hart Der Den wir jetzt bei uns Hier, der Oh, Stufe 70 Nice Der eine Selten Der hat mir echt Probleme bereitet Die ganze Schlacht hier Los, habt ihr hier kein Geld für mich? Leichen So Los hier Und hier gar nichts hier So, doof Gut, so, dann haben wir hier 100 T9 Und das ist der Ja, die ist der jetzt da hinten Ach, Mann, ey Was sagt unsere Zeit? Das sieht doch schön, ich kann's Kommen, das ist schön So, ich bin schon beblendet Weg damit Es gibt ja so noch ein paar Ressourcen hier Weg damit So, Söldner Tor Die haben ja wahrscheinlich auch alle unterschiedliche Da habe ich doch auch unterschiedliche Effekte drauf, ne? Brrrr Ich müsste nicht sagen, scheiß drauf, schmerf alle Alle weg, sodass ich noch einen habe, aber Schlimmer mache ich das jetzt, ich mache das wirklich mal So Dann haben wir jetzt die Aufgabe der Rache erledigt hier gehabt, ne? Ich schläge mich da mal schon vier Stückchen Ah, jetzt muss mal Zwei von fünf Er töte den Söldner Ach, jetzt habe ich auch noch Schut, ja, wo war der Söldner? Der war hier Genau, irgendwie nirgendwo Oh, dann Oh, das rote Bruch, die war eigentlich auch irgendwie ganz cool So, hier können wir mit dir herreden Da können wir noch unsere Stelle machen Hier sind ja die Hauptquests Ja, gut So, dann erstmal hier weitermachen, würde ich sagen So, wo sind wir denn hier? Hier haben wir jetzt alles fertig gemacht, glaube ich, so weit, ne? Stimmt, ich habe ja gesagt, hier mache ich weiter Und hier noch auf dem Bergrücken, mal noch ein bisschen was Zeig Was geholt werden will Stimmt Jetzt haben wir hier noch eine Quest Dann gehen wir hier hin Wird es dann Klappern das alles ab Ja, aber das erstmal Und dann Ja Ist die Folge auch schon wieder eigentlich rum, ey, scheiße Die vier zwei Folgen jetzt gemacht und nichts erreicht Was so diesen Daily Shit Mama hat Aber ein paar Krummelchen kriegt, um sich letztendlich Zeug zu kaufen Sagen wir mal so Ich hätte echt Wurde lang gerettet, wenn das nicht einfach mal drauf achten sollen Hier drei Stück nebeneinander Die drei, die drei Dann machen wir die hier Dann habe ich noch das Die Stadt vor uns, ne? Dann machen wir das neu im Schneid zu machen Oder wäre es sinnvoll, die erst zu machen Ich wäre die sinnvoller, ja, im Schneid zu machen Kann ich nämlich einfach in die Stadt reisen Oh, eine schöne Quelle Meins In der Aufnahme natürlich jetzt Jetzt war ich einfach mal im Glück Hier ist auch noch Den Sternbruch hier haben wir auch noch nicht gemacht Achtung Klicke, das war auch alles noch nicht Okay Gut Da habe ich nicht drauf geachtet Muss ich gestehen Achtung, nein, da haben wir noch richtig viel zu tun Richtig viel, meine ich verdammt viel Haula, die Waldfee, okay Dann können wir nicht auf Plan da machen Dann können wir, dass wir die Gebiete machen Dann ist das doch nicht so tragisch Sag ich mal So Hier ist nix neus los Aha, da sind die Hauptleute So, hier ist nix neus los Ja Okay Okay, machen wir das einfach mal zum Abschluss Ach ja Ach ja Nur den Chesthammer auf haben, kann ich den nicht töten Ne Ich auch so ein bisschen Hacke im Spiel Aber die, klar ist das irgendwo sinnvoll Aber Ist schon ne heftige Gameplay-Einschränkung Sag ich mal Komm ich einfach reinziehen hier, ne Okay Okay, dann halt nicht Ich würde ihn eigentlich hier drin gekillt haben, aber gut Dann halt nicht Das andere ist okay Ich dachte, du ziehst ihn schon hier rein Alles unbemerkte ist, aber nö Natürlich nicht Puh, haben wir echt viel zu tun nachher Ich dachte, wir wären deutlich fortgeschrittener hier in der Meck Achso, das war jetzt wegen der Wand nicht sichtbar für mich oder wie Wo kommt der Schmetterling, ja Oh, ne dicke Kiste Hm Blutoren zu dick Leider So Ja, gerade nicht, ne Zack So Wo ist da noch 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 einer? Okay Da kommt's auch noch einer Oh Okay Zack dann haben wir schon aufgeredet nachher und der sieht aber der ist uns aber auch den krimieren zack ja schön so jetzt haben wir schon mal gefangene befreien ja ok ich liebe es einfach sneaky durch zu gehen das muss ich einfach sagen das liebe ich nach wie vor bleibt der da stehen oder kommt der auch ok guck mal den tisch hier tut er nicht ok wird aber auch zu geschrottet hier mit dem zeig oh ups äh äck schiff help me so und da zwei noch hier und euch da hinten noch rötig rötig natürlich passen jawohl und zack wir haben uns heute in die Assassinenfähigkeit hier extrem viel geben was zu schaffen gefällt mir nicht was mit dir was mit dir bis da rum und dir hinterher und zack ich zieh immer auf die ich hab grad nen Lümmel gesehen immer da rauf geht bei der stimmt das ist die normale Burger oder normale Burger ok ah das hat sich eigentlich auch bei der wegen wer dort reagiert hey was war das hm das war es schon ok wow ah meine Mann ich will die Folge fertig kriegen was bei euch da redet ihr mich oder was bitteschön ich danke dir jojo oder ich mach den superpfeil ja mit dir dich nicht bewegen ja dich nicht bewegen ja bist du irgendwie behindert ich kill vor deinen Augen den Typen hier wohl hast du in eine komplett andere Richtung das reicht für den aber nicht aber hier zack oh ach meine Waffe ist so am leuchten oh gut dann haben wir das geschafft dann müssen wir sehen in der nächsten Folge wieder und da rein tschau tschau das ist so jetzt das ist das ist das ist das ist das ist das ist so das ist das ist das ist Das war's für heute. 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 Das war's für heute.